Herzlich willkommen! Ich möchte gerne die magischen Symbolen vorstellen. Wenn ihr etwas begegnet, das kann eine himmlische Geometrie sein, eine Form oder mehrere Formen zusammen, wie Kreis oder Dreieck oder ein Pfeil, wie auch immer, und ihr habt das Gefühl, dieser Symbol sagt mir etwas. Oder ein Zahl oder ein Buchstabe oder mehrere Buchstaben. Und ihr könnt damit nicht anfangen, weil ihr versteht nicht diese Botschaft. Aber ihr spürt, das ist eine wichtige Botschaft, dann könnt ihr gerne zu mir wenden und ich werde euch diese magischen Symbolen erklären. Wenn ihr wissen wollt, welche magischen Symbol euch unterstützt im Leben, dann bitte ich euch, schreibt euren Namen, euren Geburtsdatum und ich vermitteln euren magischen Symbolen. Also beide Richtungen könnt ihr gerne Fragen stellen als E-Mail-Beratung oder als WhatsApp-Beratung. Mein Honorar beträgt für magischen Symbolen. Entweder verstehen, was dieses Symbol bedeutet oder ich vermittle euren magischen Symbolen, euren persönlichen Symbolen von Namen und von Geburtsdatum. Mein Honorar beträgt für diese magischen Symbolen, wie eine E-Mail-Beratung oder wie eine WhatsApp-Beratung, 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.